Musik Wir haben einen Drag-Attack. Können wir ja jetzt den machen. Hast du selber Loba? Ja, hab ich. Wer hat den Aktion? Er ist überfordert. Ich bin gerade überfordert, Mann. Loba hab ich auch. Ich hab einen... Kommon? Warum bin ich im Fernsehen? Youtube. Wer ist denn Kanada? Kommon, Yu-Gi-Gi-Friends. Kommon, Yu-Gi-Gi-Friends. Ein Dach, Mann. Er ist schön. Ich muss mal schauen, ob ich welche besorgen kann. 7, ich muss mir keine 8 geben. Gib mir noch 6 dazu. Also 5, 6. 6, 6. Ich hab noch 4. Ich hab noch 4. Du wolltest mir doch noch mal 5 geben. Leiden eines Raiders. Einfach weitergegeben. Ich hab noch 4. Ich hab noch 4. Alles so. Weil sie fessen jetzt. Es fehlt noch 1. Jungs, 4 Ordner wollen. Toll sowas. Du hast 4 Ordner. Einer von dir, einer von Benni. Stimmt. Ja. Ein Bruder. Wir haben 8 Ordner. Können wir schon gut machen. Stimmt. Wir haben schon 8 Ordner. 8 Ordner. Du hast 4. Ist schon gut. Ihr seid schon krass. Danke. Mehr gibt's, gell? Mehr gibt's? Keine Ahnung, man. Kann was gewinnen. Hauptsache Plus. Für nichts. Wollt Benni auf Twitter? Alles klar. Mein Name denn? Twitter? Ja, Mann. Einfach so random. Guck mal, warum ihr gekippt. Einfach wie gekippt. Was ist denn los? Was ist denn los? 16 Uhr? 16 Uhr ist dann die Ausbildung. Hey Hong, du kriegst auch einen, oder? Ja, man muss. Das ist aber echt voll. Du musst zurück zum Traden. Keine Zeit für Tränen. Keine Zeit für Spiele. Eigentlich schon. Eines schon. Aber es ist echt voll, Mann. Eines schon. Aber es ist echt voll, Mann. DT. Wie sieht man das? 30 Euro. Für 30 kostet ihr halt. 28,50 Euro? Ja. Das ist Interesse. Ja, Interesse, ja. Aber immer kritisch bei Maxi. Man weiß nicht, ob man nimmt. Ja, ich schaue da mal, ob man vorgeht. Ich muss kurz raus, Schreiner, Freunde. Das ist auch was. Ja, lass da. Und kann man vertrauen. Das geht. Wir haben hier die zwei Traden-Brüder. Das geht. Wir wollen vielleicht wieder anfangen zu spielen. Auf jeden Fall, ja. Der Spieler hat noch nie gespielt. Ich glaube, wir haben wieder angefangen. Ich glaube, wir haben wieder angefangen. Anscheinend habt ihr so Vorteile beim Traden? Auf jeden Fall. Ja, man kann besser ahnen, was teuer werden kann. Vorteilhaft. Das funktioniert nicht. Ja, Bro. Was willst du spielen? Hast du schon ein paar Ideen? Pendel. Pendel, Beste. Pendel war mein Decken. Digga, Mainz. Settler Knight. Besten Steck. Wie viel Lerbe da drin? Junge, es gehört sich. Echt jetzt? Ja. Da ist noch ein Satellerspieler. Echt? Komm. Ja, Mann. Es sind alte Zeiten. Echt? Hier ist Tonka, gerade Satellerspieler. Hier können wir noch ein Satellerspieler. Ja, Mann. Der beste Deck, Mann. Der beste Deck, Mann. Der beste Deck, Mann. Warte doch, bis er jetzt vor hat. Da war das gespielt, ich den Sateller zu probiere. Dieser Mann spielt auch. Schau mal los, Jungs. Was? Da haben wir Decks vorbei, oder? Zurück zu den Trade-Brüdern. Ja. Wie? Wie jetzt haben wir gekauft? Zurück zu den Trade-Brüdern. Wir haben hier gerade einen geheimen Raum entdeckt. Für die Magic-Spieler. Von Tame & Get Up. Die haben wir erweitert. Das sind die Magic-Spieler, oder? Das hat man schon gewusst. Das hat man schon gesehen gehabt. Das hat man schon gewusst, Digga. Echt jetzt, Alter. Das hat man schon gesehen. Der FT läuft. Das ist halt gut. Am Ende übernehmen die den Laden hier auch noch. Und alle Wohnungen hier. Los. Das hat man schon gesehen. Das hat man schon gesehen. Das hat man schon gesehen. Was ist so gut? Das ist doch das gerade die Frage. Der ist ja mal erstmal weg. Das war alles. Der ist ja, dass man schon wieder gehen kann. Oh ja, das ist ja, das war những andere an. Das war doch sehr. Ich bin gar nicht. Oh ja, das war halt. Und das ist das nicht mehr so. Allein und kieler sind. Das war ein jeres. Nein, das muss ich immer aufziehen, nach hinten auch da. Was hat das, Junge? Jungs, ein Flecker. Sechs Schuss, okay. Nein, hast du gesehen? Ja. Doppelschuss, richtig? Natürlich steht das. Taktik. Hey Jungs, zwei getroffen. Nicht schlecht. Ziemlich miseratisch. Ja, geht schon. Das ist ein Poster. Ja. Kannst du irgendwelche geben, das ist eigentlich egal. Ja, das ist jetzt zu los, das ist hier. Das können wir ja verlosen dann. Das bekommt ihr, das will ich nicht haben. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, was ich haben will. Ja, ich hab heute wieder hier. Und ich schreibe ihn wieder neu spüren. Ja, das kommt ja mal in die Kommentare. Ja, das kommt einmal in die Kommentare. Das kommt ja mal in die Kommentare. Das ist genau so. Der Poster, wo in die Hilfe hängt? Ja, das geht schon mal in die Kommentare. Ja, das geht schon mal in die Kommentare. Ja, das ist halt gut. Ja, das ist echt schlecht gewesen, aber immer knapp gewesen. Jetzt kommen die auf. Ihr habt schon gesehen, was sonst schon klappt. Manchmal war knapp. Ja, das ist so viel. So. Ich habe den Knie nicht rein. Ja, das sieht ja nicht aus. Ja, das sieht ja nicht aus. Ja, das ist recht. Ja, das sieht ja nicht aus. Welcher Schieße? Ja, man muss noch aufziehen, dann hat die Schieße. Welcher Schieße? Ja, ja. Ja, das sieht ja nicht aus. Ja, das sieht ja nicht aus. Ja, das sieht ja nicht aus. Das ist Taktik. Das ist Taktik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ja, wunderbar. Das ist der Gedanke. Das ist der Gedanke. Der hat einfach gelacht über mich. Der hat sich in den Händen getan. Oh. Erster. Jungs. Der hat sich in den Händen aus. Der hat sich in den Händen aus. Der hat sich in den Händen aus. Jungen, ich rachte dich. Eule. Fast zwei und ein paar Mal. Oh, einen hast du gewonnen. Okay, Jungs. Gib mal Daumen hoch, damit ich gewöhne. Oh mein Gott. Versagt, Jungs. Egal. Ist ja die Trave, Bruder. 2-2. Ja. Gutes Spiel. Nächstes Mal. Haben wir noch eine Wette draus? Verlosen wir hier. Verlosen wir hier. Ich habe noch zwei, oder? Genau. Ja, genau. Die ihr nicht habt. Sei verschieden einfach. Achso. Das hab ich nicht. Einmal das. Und noch ein noch mal. Den hier. Kurz Köffer ein. Jungs, was ist denn krass? Ich dachte, ich mach alle. Echt? Echt? Was soll denn so was? Jungs? Ja. Ich kann ja das nicht genau sagen. Seit der Zeit, die wir jetzt nicht schauen. Dann kannst du tauschen. Aber ich habe an den ersten Ohren. 1-0. Unentschieden hatte ich keinen Anpunkt. Immer noch. Bauer. Bauer. Aus der ersten. Aus der ersten. Aus der ersten. Schauen wir mal. Perfekt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Dann haben wir schon ein Anime gesehen. Dann jeweils zwei Poster. Ich würde sagen, jeder. Also viele Leute kriegen eins, oder? Genau. Jungs. Ich empfehle euch noch den Anime. Sword Art Online. Richtig geil. Der erste Staffel war richtig gut. Dann haben die verkackt. Jetzt gab es drei Staffeln, glaube ich. Schon lange her. Der erste und zweite war ganz okay. Dann, wenn auch solche Anime steht. Mit so Online-Games und so. Empfehle euch noch Overlog. Sau richtig geil. Oder Lock Horizon. Also wenn es nur Anime geht, könnt ihr auch einfach runter schreiben. Ich gebe euch Empfehlungen. Okay. Genau, genau. Wer darfst du noch was sagen? Ich? Nee, nee. Das passt nicht. Wir haben hier einen Laszlo. Den besten Yangsing-Spieler. Ja. Er hat jetzt mal ein paar Yangsing-Kompos raus. Der nächste aus. Das ist auch ein paar. Das gehört nicht mehr dazu. Es gabaluft. Aber das war das Gewerker. Das ist halt eine Scheiße. Das war ein Papier zu sagen. Das ist nicht ein Zuedeutung. Das ist nur das Weiseler. Hey die sind Fiener. Ja hier kann ich die Aufnahme. Mach's nicht wirklich. Der kommt schon hin. Sehr gestallen. Schwach nicht. Ja hier pass nicht. Du bist du. Ich mach dich doch. Ja hier ist wie der Gaming. Ich mach mich doch nicht mehr. Da ist dann da so gut geschlagen. Du kannst immer den Kompeten der. Ja hier geht nicht mehr zu sagen. Oh mein Gott, was habe ich da gehört mehr? Ja, ich muss jetzt wieder ein bisschen Karten einkaufen. Ich habe so viel verkauft jetzt. Mein Ordner hat schon so Lücken. Sieht voll scheiße aus. Darum muss ich wieder Karten laufen. Du musst dein Bestand wieder auffüllen. Ja. Räuft das so. Räuft schon, ja? Nein. Geht das in Lücken? Was war so was? Mein Gott. Ja, so Lücken ist echt nicht schön, Mann. Ist nicht schön. Da müssen Karten rein. Was geht der Mist hier? Nein. Ich habe voll für sie verkauft. Wieso hast du keine Lücken? Ja, ich habe wirklich nichts. Warte, hier, hier. Spaß, ich habe heute nicht so viel gemacht. Weil heute mehr hat besser drauf. Ja, heute schon. Aber es ist immer ein Unterschied. Manchmal macht er mehr, manchmal macht er eher. Es ist uns aber auch egal. Es ist erst halb drei, Jungs. Es wird schon einiges. Wenn nicht, aber nicht. Es ist einiges. 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 Gut. Alles klar. Alles klar. Ich habe eine Stunde gebraucht, nur für Pop, das ist doch eine Sau. Ich weiß nicht. Ich habe irgendeine Scheiße gebraucht. Nicht wieder zufällig eine Relaxo gefunden. Nicht wieder zufällig eine Relaxo gefunden. Nein, aber egal. 8-5 Kilometer ist wieder rausgekommen. Auf der Party her war schon nice. Da war ein O-Bein dabei und so war schon nice. Oh mein Gott. Ich gehe gerade voll ab. Ohne Scheiße. Ich gehe gerade voll ab. Ich sehe schon. Du vergisst mich und Fargeschkan. Ich schwöre es dir. Ihr habt keine Chance für mich. Haben wir auch nicht mehr. Nicht mal an, Leon. Was ist denn jetzt der Plan? Bitte? Was ist jetzt der Plan? Ja, ich weiß es nicht. Karisch kommt nicht. Kommt der gar nicht oder später? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Von mir aus können wir sofort los sein. Echt jetzt? Dann können wir ein bisschen hierbleiben. Ich würde einen Clip drehen. Mit den zwei Trade Twittern. Einen Werbeclip? Ja. Dann mach das. Und mit dir halt. Und mit mir halt. Wie viel halt? Ich bin dabei heute. Was denn? Ich will einen kleinen Werbeclip beginnen. Ja klar. Ich bin dabei. zwei. Geht schon? Begeistert sieht dann das aus. Ist schon okay. Ja, er wollte schon eine Fahrradtour starten. Aber ich glaube, dieser Name ist leider schon vergeben. Du kannst die Ding nennen, Mann. Amnu bist du, oder? Nein. Kommt den Namen entficken. Mach, mach, mach. Oh mein Gott, hast du es drauf? Ja, ja. Hast du es umgepackt? Ja, Jungs. Hast du es umgepackt? Ja. Gibt es Bescheid, wenn ihr in der AfD seid? Dann komme ich auch. Ja, ich fahre jetzt, ja. Echt? Ja. Bist du ganz mal bei den Parken zu fassen? Nein. Ja, und? Ich lasse gleich mitkommen, dann packe ich gleich dort. Ja. Dann müssen wir schießen. Ja. Ja. Dann müssen wir schießen. Ja. Ja, Mann. Name ist noch unbekannt, aber... Datum auch, oder? Das Datum schon bekannt. Name und Datum unbekannt noch. Aber Preise sind bekannt. Vielleicht wird das hier abschließen, oder? Man weiß es ja nicht. Oh mein Gott. Ob ich nach Bochum komme oder nicht. Oh mein Gott. Tati. Aber ich muss versuchen. Bochum muss sein. Bochum wird ernst krass. Weiß schon. Wurde fertig, gell? Lass es schmecken. Okay. Das war's von uns heute wieder. Samstags Locals. Ich bin heute extra früh gekommen, damit ich Yu-Gi-Oh und Pokémon unter einen Hut kriege. Wir haben wieder kein Video gedreht. Also theoretisch keins. Nur ein paar kleine Werbeclips. Ich wollte eigentlich auch früher kommen, aber das war ernst wie Verkehr. Aber ich hab ne Stunde gebraucht, und... Aber die anderen... Chong war da. Er wollte auch nichts aufschein machen, oder so. Keine Ahnung. Duell, er macht immer nur Duell. Das war das. Tot, Alter. Servus Jungs. Hier euer dreifache Familie Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video. Abonniert es uns. Kommentiert es das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt es an unsere Facebook-Seite. Liked es dich. Schaut es auch bei unseren Sponsoren vorbei. Die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs. Yu-Gi-Oh ist Serious Business.